Mein Name ist Manuel Dietrich und ich arbeite seit 2017 als Kfz-Mechatroniker im Porsche-Zentrum Lerbach. Mein Aufgabengebiet reicht von standardisierten Wartungsarbeiten über Diagnosearbeiten bis hin zu Motorenstandsetzungen. Die Vielfalt der Aufgaben macht für mich den Reiz aus. Die moderne Werkstatt und Ausrüstung bietet mir die Möglichkeit, mein technisches Wissen ideal einzusetzen. Durch die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit ist das Porsche-Zentrum Lerbach der ideale Partner für mich und meine Zukunft. Neben einem sozialen Umfeld und guten Arbeitsklima erwartet dich eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Kfz-Mechatroniker oder eine Mechatronikerin mit abgeschlossener Berufsausbildung. Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Lust hast, unser Team und unser Sportwagen kennenzulernen, dann bewirb dich im Porsche-Zentrum Lerbach. Benutzen Bis zum nächsten Mal. Vagabengebiet Die Vielen Dank.